Doc2Go – Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen Eine Stimme wie die großen Rock- und Soul-Diven, dazu das quirlige Temperament ihrer italienischen Vorfahren. Die Sängerin mit dem Künstlernamen Diva Agatha ist eine beeindruckende Erscheinung. Doch auch wenn sie heute vor Energie strotzt, war das nicht immer so. Diva Agatha hat auch Zeiten erlebt, wo sie sich schlecht fühlte und nicht wusste, wie sie ihren Typ-2-Diabetes in den Griff bekommen sollte. Wie es dazu kam und vor allem wie sie es geschafft hat, 48 Kilo abzunehmen, dann in einer Krise doch 25 Kilo wieder zuzunehmen, um dann schließlich erneut das Ruder herumzureißen, darüber spricht Diva Agatha mit Dr. Meinolf Behrens, niedergelassener Diabetologe aus Minden. Diva Agatha geht in Wiesbaden spazieren. Meinolf Behrens im Botanischen Garten in Minden. Laden Sie die Podcast-Folge herunter, schnüren Sie die Schuhe und laufen Sie ebenfalls mit. Ja, guten Tag Agatha. Schön, dass Sie Zeit haben für einen Spaziergang. Ich bin hier gerade in Minden unterwegs bei wunderschönem Wetter im Botanischen Garten. Ja, hier arbeite ich auch, hier wohne ich und hier fühle ich mich wohl. Wo sind Sie denn unterwegs? Hallo, schönen guten Tag, Herr Behrens. Ich freue mich riesig, dass es heute klappt, dass wir zusammen kommunizieren über diesen Podcast für unsere wichtige Sache, unsere wichtige Angelegenheit wegen der Diabetes-Welt. Ich bin beim Staatstheater in Wiesbaden, eine wunderschöne grüne Anlage mit zwei wunderschönen Brunnen und sieht alles ganz toll aus. Und wunderschönes Wetter. Und da sind wir. Let's go! Ja, super. Dann sind wir auf jeden Fall von der Location schon gut versorgt. Ich habe jetzt noch einen Gedanken, Agatha. Wir sind ja beide Sportler. Das kommt ja nachher auch noch richtig zum Ausdruck, wenn wir uns unterhalten. Unter Sportlern duzt man sich eigentlich. Ist das für Sie in Ordnung, für dich in Ordnung? Natürlich. Also ich bin die Agatha und du bist der? Der Meinolf. Meinolf, genau. Okay. Agatha, dann redet es sich auch einfacher. Du bist ja als Sängerin ganz viel unterwegs. Erzähl uns doch mal ein ganz bisschen, wo du überall unterwegs bist und was du so machst zurzeit. Also die Musik ist meine Leidenschaft. Die Musik ist, der Gesang ist mir in die Wiege gelegt worden sozusagen. Meine Eltern, die haben immer zu Hause musiziert. Papa hat immer am Klavier oder Flügel gesessen oder hat auch Ziehharmonika gespielt oder Violine. Und dann haben wir zusammen immer musiziert, schon als Baby. Ja, und so hat sich das dann hinentwickelt, dass die Musik an sich mein Beruf sogar wurde. Das habe ich überall mit integriert, auch früher in meinen Lokalen, große Lokale, die ich hatte. Und mitunter ist es halt, wie gesagt, mein Beruf geworden, der mich weltweit ein Stück gebracht hat. Da danke ich dem lieben Gott und meinen Eltern so sehr, dass sie mir diese schöne Stimme geschenkt haben. Ja, und ich trete auf als Diva Agatha, weil überwiegend bin ich auf Galas unterwegs und gebe Konzerte. Das La Diva Konzert, da interpretiere ich Songs von Diven dieser Welt. Und ich war damit auch in Las Vegas unterwegs, in New York, wo auch mein Cousin dort lebte, der Arturo Di Modica, der den großen Charging Bull in der Wall Street gemeißelt hat. Der ist leider vor zwei Jahren verstorben. Und da war ich dort unterwegs, in Italien, in, ach, überall in Spanien, Deutschland bin ich viel unterwegs. Also, ja, die Musik hat mich schon so weit gebracht und war sehr viel damit unterwegs. Jetzt nach Corona, Gott sei Dank, jetzt nach ein paar Jahren, na, da tut sich das jetzt, Gott sei Dank, jetzt etab, also weiter festigen, weil es waren erst mal, naja, blöde Zeiten, wo alles ausgefallen war. Ja, in der Musikwelt war das schon ein bisschen schwierig, da wieder Fuß fassen zu können, ja. Aber, ja, ich bin ganz froh, Sängerin sein zu dürfen. Ja, das glaube ich, das hört man eigentlich auch mit jedem Wort, das du sagst. Ja, ich bin leider nicht so musikalisch, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ich habe eine sehr musikalische Frau geheiratet, sodass wir zumindest unseren Kindern die Musik auch haben weitergeben können. Das ist zumindest, das hat geklappt. Das ist wichtig, das ist sehr schön, ja. Ja, nee, das finde ich auch. Ich finde es auch toll, wenn jetzt bei uns Klavier gespielt wird, was ich jetzt von zu Hause aus gar nicht so kannte. Aber das hat dann meine Frau dann in die Familie gebracht, sozusagen. Ach, schön, das ist toll. Dann verstehe ich diese Gefühle total. Ach, wie schön. Agatha, nun geht es natürlich auch, wir werden auch noch viel über die Musik sprechen, aber es geht natürlich auch heute um ein ganz anderes Thema, nämlich um den Diabetes. Und, ja, was hast du mit Diabetes zu tun, kann ich ja einfach mal so fragen. Ich bin Diabetikerin, Typ 2. Ich bin es leider, ja, hat man das entdeckt in 2008. Da war ich, habe ich meinen Papa versorgt, der lag also sieben Monate lang, ja, wurde es immer schlimmer, bis er dann verstarb. Aber in dieser Zeit bin ich immer nach Fulda gereist von Wiesbaden aus, weil da lebte mein Papa und meine Eltern. Und, ja, ja, diese Traurigkeit immer, habe ich in mir gehabt, dass ich dann zur Fahrt schon nach Fulda, habe ich immer zwei Packungen ganz intensive, süße Bonbons gegessen, also wirklich krasse Bonbons. Und die haben mir wirklich sehr zugesetzt, die das Ganze noch ein Stück noch mehr unterstützt haben. Also, ja, und irgendwie dachte ich, ich hatte auf einmal taube Füße und hatte ja meinen Vater ein paar Mal im Bett gewendet. Und da hat es bei mir hinten am Rücken weh getan. Da denke ich, oh, oh, das kommt von der Bandscheibe. Und da war ich bei Untersuchungen. Und dann, finally, kam das dann raus, dass es nicht die Bandscheibe war. Die war zwar betroffen, aber diese Taubheit an den Füßen war schon dadurch bedingt, dass die Diabeteswerte so hoch waren. Die lagen schon über 8,5 Langzeit, dass ich dann, ja, dass dann die Kapillargefäße schon davon betroffen wurden. Also, das ist auch nicht weggegangen. Das habe ich bis heute immer noch. Ja, das ist leider oft so. Also, der HBNC-Wert war bei 8,5 Prozent, als der Diabetes festgestellt worden war. Und wir wissen ja, dass durchaus diese Nervenbeschwerden schon der eigentlichen Diabeteserkrankung auch schon vorausgehen können, sodass sich das tatsächlich über die Jahre schon aufgebaut hat. Also, das passt schon. Ja, und was ist dann passiert? Wie ist der Diabetes behandelt worden oder wie bist du damit umgegangen? Das ist ja erstmal, ich sag mal, ein ganz neues Feld. Ja, ich bin dann, nachdem ich ja sowieso dachte, jetzt habe ich ja auch, wie mein Mann, der ist ja leider an Folgen von Diabetes, auch Typ 2 verstorben. Er war ein guter, trotzköpfiger Italiener, der immer seine Spaghetti mittags essen musste und nicht eine kleine Portion. Trotz als Diabetiker hat er und trotz Schulungen hat er das trotzdem nicht weglassen können. Letztendlich dachte er, mit so einer Spritze, da werde ich dann halt auch dementsprechend, auch da gehen die Werte schon runter. Das ist das Totalfalsche, was man machen kann. Ja, und dann habe ich nur gedacht, oh Gott, ich auch. Und ja, da bin ich dann halt auch zu Diabetologen gegangen und Diabeteszentrum und dann hat man mich so eingestellt, bis ich dann auch so weit alles hatte, wie ich es gebraucht habe. Also, das heißt Insuline und Tabletten auch dazu, die sind dann, ja, dann habe ich das dann in Angriff genommen, damit umgehen zu können, zu lernen und auch mit der Ernährung auch einiges umgestellt. Da war ich jetzt erst mal so eingestellt, ja, aber ja, es kamen viele andere Dinge hinzu. Wo dann halt, ich wollte abnehmen, da ging nichts, ne, aber gut, ich habe das damals so gut gebändigt erst mal mit der Medikamentation. Die Abnahme war eine weitere, spätere Sache, ja. Ja, aber lass mich noch mal ganz kurz auf deinen Mann zu sprechen kommen. Da muss man ja auch erst mal mit fertig werden mit dieser Situation. Ich meine, wir wissen, dass Menschen mit Diabetes haben ein bis zu 1,5-fach erhöhtes Sterberisiko. Und letztlich hat auch jeder fünfte Todesfall was mit Diabetes zu tun, aber das weiß der Laie ja nicht. Das ist ja, du musst ja auch in großer Sorge gewesen sein, was jetzt den Verlauf deiner Erkrankung betrifft. Ja, natürlich. Also, ich war erst mal geschockt. Meine Kinder, also wir waren geschockt, als ich diese, ja, diese Ergebnisse hatte. Ich auch Diabetikerin, ja. Und da dachte ich, ach, nicht noch mal, ne. Und man denkt auch gleich irgendwie, okay, dann hast du wahrscheinlich auch nicht mehr lange zu leben oder wie auch immer. Und das ist erst mal so ein Schock in dem Moment, ne. Obwohl ich ja wusste, was mein Mann mitgemacht hat und so. Aber, ja, jetzt erst mal für sich selber das noch mal zu erleben, ne. Und irgendwie so noch mal zu fühlen, dieses Gefühl, jetzt hast du auch Diabetes und wie geht's weiter und so weiter. Also, das ist schon krass, ja. Ja, das zeigt jetzt auch, dass ich die, so wie damals auch so sprachlos war, ne. Dass ich dann halt diese Diabetes-Geschichte irgendwie nicht verdaut habe, ne. Damals wirklich. Ja, ich kann es wirklich nicht anders beantworten im Moment. Jetzt hat der Diabetes ja häufig auch mit Übergewicht zu tun. Du hast vorhin auch in einem Nebensatz schon so ein bisschen angedeutet, dass das Gewicht durchaus auch ein Problem war. Wie stand es denn um dein Gewicht zum Zeitpunkt der Diagnose oder auch im weiteren Verlauf? Ja, also mein Gewicht damals, also der lag, nach dem Tod von meinem Mann, habe ich rapide zugenommen, so um die 20 Kilo. Und da bin ich, dann lag ich so um die 132 Kilo so da rum und hatte versucht abzunehmen, habe 10 Kilo abgenommen, allerdings ohne Sport oder sowas damals. Und es kam dann halt so, dass danach folgte nichts. Das war einfach so ein Stopp ohne Ende. Und ja, dann habe ich einfach den Mut zusammengefasst und gedacht, jetzt muss ich was tun. Ich muss jetzt mit Sport beginnen oder irgendwas. Ja, im Fitnessstudio habe ich eigentlich nur Lehrgeld bezahlt, weil ich mich geschämt habe, da hinzugehen. Und das hat mich nicht viel gebracht. Also ich denke, was ich lernen musste, das war die Disziplin zum Sport. Und die habe ich ja dann gelernt durch die Teilnahme zu einer Sendung bei The Biggest Loser in 2014, die Staffel. Ja, ich habe mich da angemeldet, durch Hilfe von einem guten Bekannten von mir, der war dort auch auf Sendung. Da dachte ich, Mensch, den muss ich mal fragen, der war ja jetzt auch da. Und dann hat er mich da vorgeschlagen und die haben mich tatsächlich dann auch genommen. Und in dieser Zeit, die Aufregung, habe ich wieder 10 Kilo abgenommen. Und da lag ich dann bei 104, also 10 Kilo. Insgesamt waren es dann auch schon 30 Kilo. Ich lag da bei 104 Kilo. Vorgestellt hatte ich mich bei denen, da war ich bei 114. Und dann in der Zeit, bis das Ganze anfing, habe ich noch weiter abgenommen mit der Aufregung. Ja. Aber nach wie vor war die Diabetes ja da, also da war sie ja noch nicht gebändigt. Ja, und da bin ich aufgenommen worden. Darf ich da mal ganz kurz reinhaken? Ja. Der Diabetes war nicht gebändigt. Hast du zu dem Zeitpunkt sogar Insulin gespritzt oder war der Diabetes nur mit Tabletten behandelt? Nein, nein. Ich habe Metformin zweimal am Tag genommen, die Tausende. Und dann auch noch Langzeitinsulin bekommen. Und ja, da lag ich also so bei 32, 34 Einheiten und plus die Metformin-Geschichte. Ja, und so habe ich dann dort angefangen. Also ich kam dann ins Camp, also und dann ging es schon richtig rund. Gut, da habe ich Disziplin gelernt, um sechs Uhr auf der Matte zu sein morgens. Das ist nicht immer einfach, dass man sagt, ich tue das jetzt einfach. Ja klar, wenn du das gar nicht mehr gewohnt bist und man kann sich kaum bewegen. Also ich habe das auch an den Kollegen, die dort waren, also an den Mitstreitern sozusagen, habe ich bemerkt, dass es nicht einfach war für uns alle, weil wir kannten die Bewegung gar nicht mehr. Es ging nur um Bewegung oder es war sicherlich Ernährungsumstellung auch mit dabei? Natürlich auch Ernährung. Also wir wurden da auch beraten. Da war ja auch eine Ernährungsberaterin und Sportlerin dabei und die hat uns also auch trainiert, zusammen mit dem Ramin Abtin, der 18-fache Weltmeister im Kickboxen und auch die Christine Theis, Dr. Christine Theis, die ja auch Kickbox-Weltmeisterin ist und also auch 20-fach, glaube ich. Und die haben uns ja trainiert und gestriezt, aber ich würde es immer wieder tun, wirklich. Das war sowas von toll. Also irgendwie, wo man dann anfing, also die ersten Wochen waren schwer, sich zu bewegen und du bist dick, ja, und du kannst dich kaum bewegen und dann machst du diese ganzen Sachen mit und dann bist du K.O. Dann bist du fix und fertig und musst du trotzdem auf der Matte stehen, weil da kannte der Ramin ja nichts. Und ich bin ja dankbar, dass er uns so gestriezt hat, weil durch ihn habe ich die Disziplin gelernt. Wenn man die Disziplin erst mal zu sich gefunden hat, dann geht es auf einmal. Und dann, wie sagt man, da tut man, sagt man auf Deutsch, da habe ich dann Blut geleckt und ich wollte einfach nur noch weitermachen. War ja auch ein Wettbewerb dann wahrscheinlich zwischen den Teilnehmern, so kenne ich das zumindest. Und das, denke ich, sportet ja auch irgendwie an. Oder wenn man nicht mehr mitmacht oder wenn man nicht kommt zu den Sessions, dann ist man raus. Ja, gut, wenn man dann halt, man muss genug abnehmen können und so weiter. Bei mir war es natürlich auch ein bisschen, obwohl ich die Dünste zu dem Zeitpunkt im Camp war, also ich war mit 104 Kilo da, es waren Kandidaten dabei, die haben 220 gewogen. Da ist ja die Bewegung auch noch ein Stück schwerer bei denen gewesen. Aber bei mir war das schwerer halt, mit der Diabetes zu trainieren. Das heißt, ich musste aufpassen, dass ich nicht unterzuckere tatsächlich, obwohl ich auch Metformin genommen habe. Aber es wurde mir dann auch so schlecht, weil ich habe auch wirklich täglich so 700 Kalorien gegessen, 1000 maximal, um auch das Ergebnis, das Ziel zu bekommen, auch wirklich zeitnah abzusprechen. Du hast gesagt, dass du selbst mit dem Metformin zu Unterzuckerung geneigt hast. Normalerweise würden wir ja sagen, unter Metformin kann man nicht unterzuckern. Aber wenn man von sehr hohen Werten kommt, dann kann man auch schon normale Werte als niedrig erleben und das Gefühl haben, als würde man unterzuckern. Das war ja dann auch so, also sobald ich an der Grenze war, so bei 80, dann ist es immer noch heute so. Dann wird es mir noch schlecht und übel und dann ist kurz davor, da denkst du jetzt, ist wirklich höchste Eisenbahn. Und in dem Moment, also wo das beim Sport passiert ist, dann hat mich auch der Rahmen auch in die Küche geschickt, um kurzkettig was einzunehmen. Das heißt, ein Esslöffel Honig, das hat auch schon mal geholfen. Also dann konnte ich auch weiter trainieren. Dann durftest du einmal Honig schlecken. Ja, ich musste, damit ich weiter trainieren konnte. Das heißt, man muss mit der Diabetes auch, muss man lernen, damit umzugehen, wenn ich zum Sport gehe, wie agiere ich, wenn ich da jetzt gerade, wenn es mir gerade übel wird. Also dann heißt es nicht, ach jetzt, ach jetzt gehe ich ja gerade mit dem Zucker, geht es zu sehr runter, ich höre auf. Nein, man muss auch wissen, wie mache ich das, damit ich weitermachen kann. Man muss sich irgendwie treu bleiben. Natürlich, wenn es wirklich ganz hart auf hart kommt. Also einige müssen zum Beispiel diese U-Beam zum Beispiel, auch kurzkettig Glucose. Das habe ich ja dann auch immer bei mir gehabt zum Schluss, wie ich dann rauskam aus dem Camp. Und dann bin ich trainieren gegangen. Ich habe das in der Tasche gehabt und wenn es mir so ein bisschen schlecht wurde, habe ich so ein Schlückchen genommen, dann konnte ich weiter trainieren. Das sind nicht die großen Kalorien jetzt, aber es hilft in dem Moment, dass ich weitermachen konnte. Also dass es mir nicht so schlecht ging, vom Ganzen her. Agatha, wie war es denn dann am Ende des Camps? War der Diabetes weg? Wie viel Gewicht hast du abgenommen? Und ja, wie ging es dann weiter? Es war dann so, also ich meine, diese Staffel, die geht über sechs Monate, ist man damit beschäftigt. Das heißt, man fuhr Ende September nach Andalusien und da ging es dann los und so weiter. Drei Monate dort im Camp und dann kam man zurück und sollte zu Hause weitermachen. Also sechs Monate damit beschäftigt. Das heißt für mich, ich kam nach fünf Wochen raus aus dem Camp, da wurde ich rausgewählt und habe zu Hause weitergemacht. Aber ich habe in der Zeit, wie ich da rauskam, habe ich, was hatte ich denn da abgenommen? Moment, 14 Kilo habe ich abgenommen in fünf Wochen. Und ja, dann habe ich, dann bin ich weiter, also da habe ich hier in Wiesbaden weitergemacht, habe weiter trainiert. Aber schon am Ende des Camps, wie ich zurückfuhr, konnte ich die Medikamentation komplett einstellen. Das heißt, Insulin war weg, also sollte ich absetzen auf Rat des Arztes dort, der Ärztin damals, da war eine Ärztin dabei. Und auch die Metformin. Und ich habe mich immer gemessen, da lag ich wirklich so morgens bei 80, 100 maximal Kurzzeit. Und wenn ich gegessen habe, gut, was habe ich gegessen? Relativ wenig, aber da kam ich auf 120, mehr auch nicht. Also ich kam dann zurück und hatte einen Langzeitwert von 5,9. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Und die Moral von der Geschichte, zwischen vorher die 10 Kilo, beziehungsweise 20, dann Camp und Geschichte, da habe ich 27 Kilo abgenommen. Also ich habe insgesamt 48 Kilo abgenommen. Das war schon richtig heftig. Aber gut, also ich habe so viel Disziplin gelernt und dadurch auch viel erlangt noch weiterhin, dass ich sogar zur Sportlerin wurde. Spezialisiert für Leute, die auch Diabetes haben. Ich muss mal ganz kurz nochmal nachfragen, was macht das denn mit der Stimme einer Sängerin, wenn man so 47 Kilo abnimmt? War das irgendwie ein Thema, ein Problem, so als musikalischer Laie? Die Stimme nicht. Nein, nein, also die Stimme, die war genauso kräftig und würzig und ich war sogar befreit da auf der Bühne, dass ich nicht mehr diesen Speck, ich meine, schleppe doch mal 47 Kilo mit ihr rum. Das ist so, da muss man etliche Kisten Bier oder Wasser stapeln und die mal schleppen über den ganzen Tag. Dann weiß man, aha, das trage ich mit mir rum, das muss man erst mal so testen, dass es einem Klick macht, was es bedeutet, so viel Gewicht und so viel Übergewicht zu tragen, zu schleppen. Und wo war ich denn jetzt? Die Stimme hat auf jeden Fall nicht gelitten. Achso, die Stimme, nein, die hat nicht gelitten. Aber die Fans, die kamen immer nach einem Konzert zu mir. Agatha, das war so toll. Aber vorher, so als kräftige Frau, da warst du ja auch toll. Also die haben die Big Mama on the Stage vermisst. Das habe ich mehrmals gehört in diversen Sprachen, in diversen Ländern, wo sie mich auf einmal gesehen haben, fanden mich toll. Und das Konzert war ja auch toll, aber auf einmal war ich dünner, 48 Kilo. Ich meine, das ist ein Mensch, den ich mit mir rumgeschleppt habe. Der stand ja auch mit mir auf der Bühne immer. Ja gut, aber mit der Kritik in Anführungsstrichen, da kann man glaube ich leben, wenn die Lebensqualität steigt. Ja natürlich, meine Antwort war ja auch daraufhin, dass ich immer gesagt habe, wisst ihr, ich fühle mich jetzt so wohl und bin eure gesunde Agatha jetzt. Und ich fühle mich, ich bin jetzt gesund und deshalb werde ich meine Konzerte weiterhin so geben, wie es euch gefällt. Und so habt ihr eine gesunde Agatha für euch. Das habe ich immer so argumentiert, was ja auch die Wahrheit ist. Genau, die euch auch vor allen Dingen dann länger erhalten bleibt, das muss man ja auch so sagen. Genau. Ja und du hast vorhin schon angedeutet, du hast eine Ausbildung zur Fitnesstrainerin gemacht. Fitnesslehrerin. Fitnesslehrerin, nicht Trainerin. Trainerin hast du in ein paar Monaten, ich habe ein Jahr gebüffelt. War bei der BSA, also Sportakademie und habe da den Fitnesslehrerschein erworben, also beziehungsweise gemacht. Also um auch tatsächlich, weil ich habe ja dann Diabetiker trainiert, ich habe Kurse dann selber gegeben, speziell für Leute, die übergewichtig sind und auch Diabetes haben, um diese Leute auch fachgerecht trainieren zu können. Ich meine, das ging am Anfang, wo ich den Schein, also die Ausbildung noch nicht hatte. Da habe ich die Leute auch trainiert mit einem zusammen, also einem Trainer, der ja auch schon seine Ausbildung hatte. Und dementsprechend stand er mir zur Seite, wenn irgendwie eine kleine Problematik war oder so, die ich aber selber schon erlebt hatte und kannte. Also wenn mir jemand gerade, dem wurde es schlecht und so, dann habe ich den gerade mal frisch gemessen und dann konnte ich sagen, jetzt und auch Puls gemessen oder so, da haben wir gesehen, okay, wir machen weiter oder jetzt erst mal Pause, weil da waren schon auch viele Geschosse dabei, also über 120, 130 Kilo mit dabei. Und da muss man natürlich auch, man darf es nicht überreizen, man muss vorsichtig sein, aber trotzdem weitermachen, nicht aufhören. Agatha, das stelle ich mir jetzt für die Betroffenen, für die Trainierenden wahnsinnig motivierend vor, wenn auf einmal nicht so ein, ich sage mal, athletischer Trainer, eine athletische Trainerin vor einem steht, sondern jemand, der vielleicht das gleiche Problem hat oder der auch ein Gewichtsproblem hat oder hatte. Und wenn der dann das Training macht und der auf einmal auch versteht, besser versteht, warum es so schwer ist, erst mal mit in Gang zu kommen. Also stelle ich mir wahnsinnig motivierend vor, für die Sportlerinnen und Sportler, die du da trainiert hast. Ist es auch absolut, also das ist, da hat man auch gleich einen Bezug miteinander und ein Verständnis füreinander. Ich verstehe dich und du wirst gleich verstehen, was ich dir mitteilen werde als Trainerin und deine Freundin an deiner Seite, denn so empfinde ich das auch, die dir jetzt empfiehlt, wie du es am besten schaffen kannst, denn ich habe es auch geschafft. Und das ist auch ganz wichtig. Und ja, schon eine ganz tolle Situation, also in dem Moment. Und athletisch doch, ich war schon ganz schön athletisch, bin ich geworden dann auch, habe ich mich dahin entwickelt. Ich habe Sport gemacht. Aber du weißt schon, ich hatte jetzt so einen super gestylten, maximal trainierten Trainer oder Trainerin vor Augen. Also ich wollte das nicht in Frage stellen, dass du auch fit und trainiert bist, warst. Wie sieht es heute aus? Bist du noch weiter mit den Kursen dabei und trainierst du selber? Ich habe leider nach dreieinhalb Jahren eine OP gehabt als Frau. Da hat mir, sage ich klipp und klar, auch eine Geschichte, die ich erlebt habe, er hat, ja, ich war bei einem MRT wegen meinen Rückenschmerzen. Ich hatte eine falsche Bewegung gehabt, denke ich, na, was ist da passiert? Und da fand man raus, also dass meine Eileiter, also irgendwie so, die hatten so weiße Flecken und da hieß es sofort zum Frauenarzt und so weiter. Und da hat man mir empfohlen, ja, wir machen, wir werden das operieren und dann machen wir gleich die Eierstöcke mit raus. Das war ein Fehler, dem Ganzen zugestimmt zu haben ohne Ende, weil danach bin ich nach zwei Monaten der OP, da konnte ich ja auch nicht trainieren in den zwei Monaten, dann bin ich zugrunde gegangen, ich war kaputt. Und dann ging es los, ich habe meine Haare komplett verloren. Ich hatte eine, von einer Alopecia areata, habe ich eine Alopecia totale erlebt. Dann lief ich da rum mit einer Glatze, als Frau und Sängerin und Sportlerin, ja. Ja, und dann habe ich das irgendwie gebändigt mit Tricks und Haarteilen und so, 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 wie nennt man das, so Tücher. Und ja, gut, dann ging das ja, ich bin ja Künstlerin, da kannst du auch so rumlaufen. Aber in der Zeit habe ich psychisch sehr gelitten und dachte, ich muss alles tun, dass die Haare wiederkommen, bloß die Haare wiederhaben. Und da habe ich alles Mögliche gegessen, was auch dem Haarwuchs irgendwie zustimmt, also hilft und auch geschmiert und gegessen, Öle getrunken. Und da habe ich 25 Kilo wieder zugelegt. Und dann in dieser Zeit habe ich auch keine Sportkurse mehr gegeben und so weiter und war psychisch eigentlich so ziemlich am Ende. Und aber das ging dann so nach zwei Jahren oder so, was ging das dann wieder? Die Haare sind alle wieder da, Gott sei Dank. Ich habe wirklich viel dafür getan. Das wäre schon mal schön, dass die Haare wieder da sind. Aber diese Ups und Downs, die kennen ja eigentlich alle Menschen mit Diabetes. Ich sage immer so ein bisschen, als Diabetologe lebt man davon. Dann hat man Patientinnen und Patienten gut eingestellt und sagt, wir sehen uns wieder, kommen Sie einfach wieder, wenn es mal nicht so läuft. Und man kann etwas überspitzt formuliert sagen, so nach zwei bis drei Jahren irgendwie sieht man alle dann doch mal wieder, weil das Leben eben so ist. Wir haben ja alle auch unsere Schicksalsschläge und so war es bei dir auch, leider. Ja, aber jetzt bist du wieder auf Kurs. Ich bin voll auf Kurs, natürlich. Ich bin vor drei Tagen wieder Oma geworden in Hongkong, meine Tochter, die hat das Baby bekommen. Ganz süßer kleiner Sohn wieder. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe fünf Enkelkinder mittlerweile und da muss ich doch gesund sein. Also ich hatte ja dann auch so blöde Werte mit der Leber und so weiter, Fettleber und Fibriose. Und dann habe ich nur gedacht, was machst du jetzt? Also entweder oder. Dann habe ich mich für das oder entschieden. Und habe gesagt, jetzt machst du wieder Sport, du machst jetzt wieder Diät. Ich habe jetzt elf Kilo wieder abgenommen und habe auch wieder mit dem Sport angefangen. Ich gehe jetzt gleich, wenn wir fertig sind, gehe ich zum Sport. Also ich habe mich auch wieder im Sportstudio angemeldet und werde mich auch wieder fit machen. Also ich kenne ja alles da drin, also braucht mir keiner was vorzusagen. Das und das musst du machen. Aber es ist wichtig. Also ich meine, meine Geschichte zeigt, mit Bewegung geht, da bändigt man auch die Diabetes. Man kommt sogar von der Nadel weg. Man bekommt ja nicht die Diabetes weg. Du bist immer, immer Diabetiker, immer Diabetiker. Aber man kann besser leben. Also ich war viele Jahre nicht beim Arzt. Und dann, aber wenn man nichts mehr tut, dann geht das Ganze wieder von vorne los. Das heißt Zuckerwerte steigen. Man nimmt zu, man isst wieder anders. Und man darf sich halt von Ängsten um Psychosen nicht fangen lassen. Weil wenn das da ist, dann ist man Gefangener im eigenen Körper. Immer weiter, immer voran mit dem Leben, immer positiv voran. Das Leben ist schön, man muss es wirklich auch schön genießen und am besten gesund. Also Sport und die richtige Ernährung, das ist wirklich das A und O. Für uns Diabetiker sowieso. Ja, das ist auch nochmal ganz wichtig. Also Bewegung ist ein Riesenthema. Aber ohne Ernährung geht es auch nicht. Es muss irgendwie beides zusammenpassen. Nur wenn man sich bewegt, dann kommt das mit der Ernährung automatisch dazu. Weil irgendwie passt es dann auch nicht mehr zusammen, wenn ich mich, weiß Gott, wie ernähre und Sport mache. Irgendwann habe ich dann das Gefühl, das gehört nicht mehr zusammen, die Ernährung und die Bewegung. Und irgendwie kommt man dann auf Kurs. Ja, auf jeden Fall. Also Disziplin und wirklich sich selbst lieben, sich selbst motivieren. Also entweder liege ich faul auf der Couch oder ich gucke mir noch einen Film an oder gehe ich doch lieber mich bewegen. Und wenn es anfängt, dass der eine oder andere sagt, ach, ich gehe doch lieber mal eine Stunde spazieren, das ist schon mal toll. Und vielleicht dann auch so, dass den Antrieb mit dem Spaziergang so angeht, dass man ein bisschen schneller läuft, dann auch mittendrin. Und dann tut sich das Ganze ja auch entwickeln, dass der Körper das dann auch wahrnimmt und auch dementsprechend leichter abspecken kann und die Werte runtergehen. Ja, also jeder Schritt zählt, das kann man auf jeden Fall sagen. Und ich sage eigentlich immer meinen Patientinnen und Patienten, es ist jetzt erst mal diese 10.000 Schritte, die da immer so im Raum stehen, da kommt es erst mal gar nicht drauf an. Ihr geht jetzt mal eine Woche, guckt ihr auf euren Schrittzähler und zählt eure Schritte und guckt, wie viel ihr im Durchschnitt macht. Und dann versucht ihr einfach in der nächsten Woche mal 1.000 Schritte am Tag mehr zu machen. Dann ist schon super viel erreicht und dann kann man sich kontinuierlich steigern. Es ist auch irgendwie einfach, um diesen Begriff der Achtsamkeit auch einfach mal zu nennen, dass man sich Zeitinseln dafür einräumt und sagt, in dieser Phase Zeit kümmere ich mich jetzt um mich, um meine Gesundheit, mache vielleicht einfach mal ein paar Schritte. Und das, glaube ich, ist auch ganz, ganz wichtig, dass man sich feste Zeitpunkte einräumt, in denen man dann sagt, da mache ich das. Gruppen helfen natürlich. Ich meine, hast du ja auch beim Biggest Loser erlebt, dass die Gruppendynamik dich ja auch mit nach vorne getragen hat. Also, ich glaube, das sind schon zum Einstieg ganz, ganz wesentliche Tipps. Agatha, wie sieht das aus? Noch eine kleine Musikeinlage oder ist das schlecht? Ja, natürlich. Ich bin gerade hier im Park, aber ich könnte mal was... Und in diesem Sinne würde ich sagen, ich liebe mich auch selbst, weil Jesus loves me und ich mich selbst auch. Deshalb, man sollte sich selber lieben, wirklich. Und das Beste für sich tun. Und dann strahlt die Welt einem entgegen, wirklich. Ja, Agatha, jetzt sind wir jetzt schon über 30 Minuten unterwegs und ich habe einmal mehr wieder ganz viel gelernt. Es hat mir riesig Spaß gemacht, hier mit dir spazieren zu gehen und natürlich dir zuzuhören und diesem wunderschönen Gesang zuzuhören. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Total, natürlich, klar. Ja, ich hätte noch so viel zu erzählen, aber ich denke, im Großen und Ganzen habe ich doch schon einiges mitgeteilt, worum es geht. Und da freue ich mich, wenn der ein oder andere das doch für sich auch erkennen kann und einiges übernehmen kann. Deshalb bin ich gerne, sehr gerne dabei gewesen jetzt in diesem Podcast, ja. Danke ich mich ganz herzlich bei euch, lieber Mainolf und Diabetes.de. Ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Es hat Spaß gemacht und bin sicher, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch ganz, ganz viel gelernt haben. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Spätsommer und vielleicht sieht man sich mal auf der einen oder anderen Veranstaltung mit oder ohne Diabetes. Das wünsche ich mir natürlich auch. Vielen Dank. Arrivederci. Ciao, ciao. Ciao. Ciao an alle. Tschüss an alle. Ciao. Ciao, ciao. Auch für diese Episode von Dr. Go bedanken wir uns für die freundliche Unterstützung bei Böhringer Ingelheim und der IKK Classic. Alle Episoden von Dr. Go finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf www.diabetes.de.org-podcast. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen, Themenvorschläge, gerne per E-Mail schicken an info-at-diabetes.de.org. In zwei Wochen beginnen wir mit den Sonderfolgen von Dr. Go, die im Rahmen der diesjährigen Diabetes-Sommer-Tour entstanden sind. Den Anfang machen Olympia-Sieger Matthias Steiner und Prof. Dr. Erhard Siegel, die am Tag der Sommertour durch Travemünde gelaufen sind. Bis dahin und auf Wiedergehen! Doc2Go Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen